hallo ist es kommt zurück zum abwärtskönig der heute 8 und wir öffnen es und wir öffnen es und wir sind in einer piste welt oder gestern war ja dieser piste malheur ich hoffe dass funktioniert hier alles okay lichter einfach nur lichter und daher das sieht aber richtig schwierig aus leute oh mein gott okay ist das jetzt gut das ist richtig so eine fallenwelt aus pistons und anderen sachen das ist ja mega witzig eigentlich ich weiß ob das richtig ist aber ich weiß was macht das ja voll die verarsche ich wollte nur wissen was es macht aber ich wusste es einfach irgendwie scheiße ich hätte einfach weitergehen sollen aber das fehler lernt man also normalerweise im normalfall so hier nicht obwohl das ist so lustig eigentlich ne ich drück das jetzt aber nicht mehr das ist doch gefährlich oder gut dass ich da stand es macht nur licht oder ok scheiß was macht das was kann das machen kann ich bin eigentlich nicht wirklich viel machen außer ok leute was macht das ob man als habe ich das schaffe oh ja hier hoch einfach irgendwo ist das ein jackpot es ist ein jackpot oh lichter oh mein gott dieses level überall könnte eine falle sein deswegen wenn ich hier drauf gehe was passiert dann ok ich kann glaube ich nicht verringen da hinten passiert dann irgendwas aber was passiert hier vorne gut dass da hinten irgendwas passiert ist ok aber ich will wissen wie ich kann ich das denn hier auslösen da ist ein knopf achso das ist ein checkpoint quasi das muss so hä habe ich dieses nicht ganz verstanden aber habe ich trotzdem nicht so ganz verstanden hier muss falsch gemacht okay das ist das halt aus okay das heißt ich muss was soll ich hier runter ach so da kann ich hier quasi wieder zurück da kann ich hier so okay ich verstehe okay so macht man das also was kann man das hier macht es macht immer lichter nur ich mag diese map aber richtig toll ja einer der besten maps okay oh es funktioniert einfach alles das ist so nice lol ist ja witzig okay kein problem steht da PGS okay Wimperstelle heißt irgendwie so neun als ob ich jetzt wieder komplett zurück muss oder ist ja nicht so ist ja nicht so ist locker nicht so ne ich habe ja auch überall abkürzungen ne aber mega die lustige welt ist bisher mein favorite auf jeden fall da kommt diese winterliche welt abkürzt überall irgendwo ging das doch hier irgendwo habe ich doch was freigeschaltet oh nein jetzt muss ich hier so wieder runter fallen ich hätte schon so viel freigeschaltet leute einfach hier lang springen so ach ja das war das gemeine das ist ja hier das blöde alle das ist ja das ganz blöde ok oh hier kann ich abkürzen super hier könnte ich auch abkürzen ich war hier schon fast fertig war eigentlich schon fertig ich war ja schon hier hinten so genau hier war ich ja auch schon einfach nur ein lichter juhu super duper gemacht das war echt ne sehr geniale welt leute wow krass nur halt blöd wenn man dann beim letzten wieder runter fällt dann muss man alles mit vorne machen gut oh wir haben die neun morgen und hier fehlt einiges okay das beachte ich einfach mal weiter hier nicht und gut ich würde sagen dann bis morgen leute bist du bist du